Montagir da und jetzt geht's heute mit meiner Secret Serie oder besser gesagt, ich fang an mit der Secret Serie ich zeig euch die besten Secrets über Zombie Mod, Multiplayer Maps, alles durch und ein paar Glitches natürlich und wir fangen an mit dem Secret Song auf der Map Kino der Toten und ja, fangen wir an ihr geht als ihr braucht drei Meteoritensteine und ich zeig euch jetzt, wie man die bekommt und ich hau mal Godmode an, damit ich nicht gekillt werde also hier sind die ersten Steine beim Spawn hier in der Ecke und einfach F F drücken ja, toll weiter gehen durch die Tür und wiederum durch die Alley und ja ihr seid jetzt hier und ihr kommt hier ist der erste Stein dann geht ihr weiter ba 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 durch die Alley und hier ist der nächste Stein der zweite ja schon wieder ein Stein ja schon wieder ein Stein äh Wodka Wodka und geht weiter durch die Tür ich zeige euch wieder den Weg also ihr geht hier durch die Lobby erster Stein weiter durch die Alley zweiter Stein durch den Stage letztes Stein die Zombies haben alle Selbstmord begangen weil sie so gelangweilt waren und ja hier ist der letzte Stein hier im Eck und ja genießt das Lied das Lied das Lied und und die 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 sind Schnauhe! Uff! Untertitelung des ZDF, 2020